Zurück zum Glück, die Schalke 04-Taktik von David Wagner. Jetzt ist es offiziell, was vorher schon sehr fleißig spekuliert wurde. David Wagner wird der neue Trainer an der Seitenlinie auf Schalke. In diesem Video erfährst du alles darüber, wie er aus einem Underdog des englischen Fußballs wirklich einen respektablen Konkurrenten entwickeln konnte und alles über seine Station als Trainer, seine Taktik bei Huddersfield in der Premier League und du bekommst einen Ausblick darüber, wie David Wagner aus Schalke spielen lassen könnte. Das Video ist natürlich nur eine Momentaufnahme. Wenn die Transfers von Schalke und dem neuen Sportvorstand Jochen Schneider feststehen, werde ich ein Update machen, wo auch die ersten Testspiele unter dem neuen Coach David Wagner berücksichtigt werden. Um gleich mal den ganz großen Elefanten, der im Raum steht, aus dem Weg zu räumen. David Wagner ist zwar mit Jürgen Klopp sehr gut befreundet, beide kennen sich aus ihrer Zeit beim FSV Mainz 05, sie sind aber keine eineigigen Zwillinge. Klopp war es jedenfalls nicht, von dem als erstes mit dem Thema Spielphilosophie maßgeblich inspiriert wurde. Die ersten Grundsteine sind sicherlich auch seine Zeit als U19-Trainer und U17-Trainer zu suchen, wie Wagner auch immer wieder selber sagte. Eine Zeit, in der Ralf Rangnick fünf Jahre Cheftrainer bei den Kreichgauern war. Rangnick war schon sehr früh Verfechter des frühen Angriffspressings, des Gegenspielers und auch des beinahen Verschiebens. Als Trainer sahen sich Klopp und Wagner dann wieder, als Wagner 2011 den Trainerposten der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund übernahm. Man kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass die Zeit in der Tabelle wahnsinnig erfolgreich gewesen wäre, aber Wagner konnte viele namhafte Spieler weiterentwickeln und verbessern. Am 9. November 2015 ging ein kleiner Traum für den Deutsch-Amerikaner in Erfüllung. Es wartete sein erster Posten als Cheftrainer in der zweiten englischen Liga, der Football League Championship. 2017 gelang dem Team überraschend der Aufstieg in die Premier League. In der Saison darauf konnte er mit einem wenig finanzstarken Klub die Liga halten. Insbesondere in der Hin-Serie sorgte Wagner und Huddersfield für Aufsehen. Nach 19 Spieltagen war man auf einem sehr guten 11. Platz. Doch wie hat David Wagner das bei Huddersfield geschafft mit so eher finanzschwachen Mitteln? Was zeichnet seine Taktik aus? Das Hauptsystem von David Wagner ist sicherlich das 4-2-3-1 gewesen. In der Verteidigung, im Pressing war es halt auch schon mal ein 4-4-2, sogar auch mit Raute oder als flache 4 oder auch ein 3-4-3. Im Normalfall hat David Wagner mit einem 4-2-3-1 gespielt. Auffällig ist der Fokus auf die Außen. Also sowohl die Außenverteidiger Chris Löwe als auch Smith haben ihren jeweiligen Mitspieler überlaufen. Das heißt, sie haben Überzahlsituationen auf den Außen versucht zu erarbeiten und dann möglichst auf einen eher großgewachsenen Mittelstürmer abgeschlossen. Also sowohl Chris Löwe, Quiner, Smith, Lolly oder Katschunga haben erstmal versucht, hier Mooney zu bedienen oder andere zentrale Spieler, die im Sturmzentrum aufgebaut wurden, die halt eine gewisse Größe und Körperlichkeit hier mitgebracht haben. Das Zentrum wurde eher liegen gelassen. Palmer oder wer auch sonst mal da gespielt hat, vielleicht kurze Info, das ist nicht eine Mannschaft, die wirklich so zusammen gespielt hat, sondern soll einfach mal ein Best-of von Wagners Spielern hier darstellen. Palmer hat dann versucht, hier auch Überzahlsituationen zu erzielen. Weniger ging es halt durch die Mitte, über den Spielaufbau durch die Mitte, sondern man hat halt gezielt versucht, die Außen zu überlagern, um dann halt hier im Zentrum einen wirklich kopfballstarken oder auch physisch starken Spieler in Szene setzen zu können. Und da ging es halt mehr über die Außen. Im Spielaufbau selber war das jetzt nicht ganz so filigran. Es ging halt doch eher darum, im Pressing hier schnell den Ball zu erobern und dann möglichst schnell abzuschließen. Chris Löwitz schob nach vorne, Smith auch. Mui hat ja auch nochmal versucht, eine Anspielstation zu bieten. Das Ziel war es halt, möglichst Dreiecke auch in der Defensive zu bilden, um so möglichst viele Anspielstationen zu haben, um hier den Ball wirklich zirkulieren lassen zu können. Auffällig war aber auch, dass Haddersfield sich nicht vor einem langen Ball gefürchtet hat. Ganz im Gegenteil, lange Bälle zehnten zu einem Standardrepertoire im Spielaufbau. Insbesondere von Schindler ausgehend immer mal wieder lange Bälle über die Pressinglinie des Gegners, um so den Gegner möglichst unvorbereitet zu erwischen und einen schnellen Spielaufbau auch wirklich herbeiführen zu können. Also es ging nicht um ein langsames Ballbesitzspiel mit vielen Ballpassagen und vielen kleinen Sicherheitspässen. Das ist nicht der Fall, sondern es sollte schon dynamisch schnell abgeschlossen werden und immer mehr oder weniger mit dem Kopf durch die Wand gegangen werden, um hier zum Erfolg zu kommen. Ja, was zeichnete das bekannte Gegenpressing hier von David Wagner aus? Auch eine sehr schöne Geschichte. Auch hier wieder der Fokus ganz klar auf die Außen zu legen. Also es wird versucht, den Gegenspieler hier so ein bisschen auf die Außen zu lenken. Dann wird versucht, den hier so zuzustellen. Es kommen mehrere Spieler, die halt versuchen, den Weg abzuschneiden, wenn es hier zum Beispiel ein Gegenspieler wäre. Und insbesondere wurde die Auslinie halt wirklich als legitimes Mittel genutzt. Also in der Pressing-Situation wurden die Gegenspieler auf die Außen gelenkt, um dann natürlich hier den Raum zu verknappen, um halt auch einen Ballgewinn über die Auslinie zu haben. Klar, über die Auslinie kann man nicht spielen. Dementsprechend ist das natürlich auch ein taktisches Mittel, um hier die Spielmöglichkeiten des Gegenspielers einzugrenzen. Vielleicht an der Stelle auch noch die Info. Es wurden versucht, über Flanken, über auch Durchsteckbälle hier zum Erfolg zu kommen, um dann halt den Überfall quasi über das Überfallartige durch das Gegenpressing möglichst effizient abschließen zu können. Ja, hier eine Übersicht, wie Schalke möglicherweise spielen könnte. Wie gesagt, das ist komplett ohne Neuzugänge. Das ist der aktuelle Kader. Sobald die ersten Testspiele gelaufen sind und David Wagner sicherlich auch ein paar Nuancen geändert hat und natürlich auch ein paar Spiele eingekauft wurden, werde ich mal ein Update machen, und wenn ihr da auf jeden Fall Bock drauf habt, schreibt mir dann dazu eure Meinung mal in die Kommentare rein. Also, im Tor wird entweder Nübel oder Fährmann stehen, ich denke, das ist klar. David Wagner hat es ja auch immer wieder ausgezeichnet, halt jüngere Spieler eine Chance zu geben. Und von daher kann ich mir vorstellen, dass Nübel hier möglicherweise, wenn er dann bleiben sollte, halt die Nase vorn hat. Nastasic und Salif Sané dürften in der Abwehr aus meiner Sicht gesetzt sein, sind eigentlich ein stabiles Innenverteidiger-Duo hier. Auf der linken Seite Mendel und Natschipka. Ich denke, dass Mendel sich ja erstmal vorweg die Nase vorn haben wird. Auch hier wird es so sein, dass Mendel immer mal wieder dann, ja, Läufe nach vorne haben wird, eher offensiv, genauso wie Caligiuri auch, eher offensiv agieren wird, um halt hier die Außen und die Seiten hier zu überlagern, um halt auch sehr, sehr viele Flanken hier zu schlagen. Also, das trifft, oder es geht so ein bisschen eher in Richtung Mendel, der natürlich so ein Stück weit dynamischer ist als Otschipka aus meiner Sicht. Caligiuri hat Ähnliches schon in der Fünferkette gespielt, als rechter Verteidiger, immer mal wieder gerade als Flankengeber aktiv gewesen, auch natürlich extrem gefährliche Standards gehabt. Was David Wagner in dem defensiven Mittelfeld immer wichtig war, war eigentlich eine relativ klare Arbeitsverteilung. Also wirklich ein Sechser, der die sicheren Pässe spielt, eher vielleicht verteidigend, eher aktiv ist. Das könnte zum Beispiel Stambuli sein, der hier ein bisschen, ja, auf Sicherheit bedacht ist. Und Rudi ist halt eher vielleicht jemand, der die Bälle verteilen könnte, einen langen Ball nach vorne spielen könnte, auf Embolo, Marc Uth, etc. So ein bisschen den Ballverteiler hier spielen könnte. Als Zehn oder möglicherweise auch auf den Außen könnte Amine Harit, sollte er wieder, ja, zur Form kommen, hier durchaus eine Option sein. Aber genauso auch Serdar, Bentalep, die aber auch für Rudi theoretisch einspringen können. Auf den Außen, glaube ich, ist Schalke noch nicht für das Spiel von David Wagners wirklich vorbereitet. Man hat mit Embolo natürlich einen guten Spieler, der auch schnell ist, der das auch spielen kann. Kolo Prianka hat das auch schon mehrfach gemacht. Ich glaube aber, dass man hier noch aktiv werden wird und gerade für links außen, rechts außen vielleicht auch nochmal den einen oder anderen Stürmer oder Offensivspieler verpflichten wird. Gerade damit man vielleicht vorne nicht nur abhängig von Marc Uth ist, der aber keine schlechte Wahl ist. Gerade wenn es um dieses Spiel geht, schnelles Kontern. Flankenbälle, er hat auch eine gewisse Körperlichkeit, ist gut für Durchsteckbälle, die man hier spielen kann. Nachdem man halt einen Ballgewinn erzielt hat, beispielsweise hier auf den Außen, wirklich ein schneller Durchsteckball hier auf Marc Uth, der den dann auch verwerten kann. So kann ich es mir, wie gesagt, am Anfang vorstellen. Wir werden abwarten müssen, wie die Neuverpflichtungen so sein werden und wen Jochen Schneider und der noch kommende Sportdirektor hier wirklich verpflichten wird. Ja Leute, das war meine Taktikübersicht über David Wagner bei Huddersfield und wie er möglicherweise auf Schalke spielen wird. Schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare rein. Kommt mit David Wagner der Erfolg auf Schalke zurück? Das würde mich mal interessieren. Leute, bleibt am Ball. Macht's gut, euer Sören. Und ciao.